Und für so kleine Gegner reicht der Stab ja dann doch. Vollkommen. Okay. Weiter nach Osten. Hier ist wieder eine Hecke. Und das hier müsste die Grenze sein. Ja. Hier möchte ich wieder speichern. Und jetzt wieder etwas nach Süden gehen. Ein Ghoul. Noch ein Ghoul. Ein Clamer. Wieso nicht? 16 Gold. Geil. Vielleicht ein Heiltrang kurz. Ja. Besser als nichts. Und speichern. Da haben wir eine Hecke. Wir haben hier übrigens viele Hecken. Nicht nur eine. Wieso sage ich dann immer. Wir haben hier eine Hecke. Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube hier unten ist die Grenze. Weil wir nämlich nicht mehr allzu weit nach unten kommen. Von der Karte her gesehen. Deshalb werde ich die gleich mal weiter nach unten erkunden. Hä? Okay. Das waren einmal zwei Spinnen. Die eine hat sieben Gold dabei. Und die andere? Nichts. Mist. Speichern. Okay. Da sind wir jetzt drum. Dann schauen wir hier rum. Okay. Habe ich mir eingebildet. Es geht doch noch ein bisschen weiter nach Süden. Dann gehe ich doch schnell nach Norden wieder. So diese Hecke wollte ich. Und hier jetzt nach. Ja. Hier jetzt nach Westen. Da. Nein. Ich will noch nicht sterben. Ich sagte. Ich will noch nicht sterben. Das müsste eigentlich reichen. Das wie ich beide. Was war das? Ich habe doch noch Leben. Seht ihr das? Ich habe noch Leben. Oh nö. Nö. Ihr seht es nicht. Der ist nämlich abgestürzt. Verdammt. Es hängt. Ich kann gar nichts machen. Doch den Vollbildmodus kann ich beenden. Ja dann starte ich eben mal kurz wieder neu. Mal sehen wie lange hat die Aufnahme jetzt gedauert. Halbe Stunde etwas länger als eine halbe Stunde war jetzt nicht wirklich viel. Naja starten wir eben neu. Wieso stürzt die DOS Box in letzter Zeit so oft ab? Keine Ahnung. Und starten. Okay. Vollbildmodus an. Und start. So jetzt seht ihr wieder was. Okay wir haben hier bei den Spinnen beendet. Diese Hecken werde ich noch kurz durchsuchen. Habe ich ja vorhin auch gemacht. So und jetzt werde ich hier. Habe ich eigentlich. Ne ich habe nur noch Stärke. Ich werde schon mal in weiser Voraussicht einen Resistenz trinken. Diese Hecken hier hatten wir noch gar nicht erkundet. Da sind sie. Mein Stab ist gebrochen. Jetzt schon. Dann weg damit. Wir haben ja noch einen zweiten. Nein nicht das. Das da. Ich muss sie erstmal ausrüsten. So jetzt. Nein. Und besiegt. So speichern. Und diese Hecke hier wird ersucht. Das waren glaube ich sogar die beiden die uns vorhin getötet haben. Okay da ist noch eine weitere Hecke. Wow. Nicht nur eine. Hecke. Das war das Falsche irgendwie. Nein. Und deswegen bin ich jetzt gestorben. Nur weil ich mich schon wieder verklickt habe. Okay. Genau. Und hier müssen jetzt dann gleich wieder. Zack. Da sind sie. Das ist nicht gut. So jetzt komme ich weiter. Die werden gespeichert. Zombies. Ein Stoß nach vorne und sie fallen um. Gefällt mir. Der hat ja sogar 10 Gold. Okay. Dann sehen wir mal auf die Karte. Wir haben. Ja gehen wir hier weiter nach Westen. Das hier kennen wir. Doch das gehört noch zu dieser Hecke. Das hier kennen wir noch nicht. Gule. Nichts. Und. Nichts. Schade. Das da ist dann schon. Ich glaube das gehört da hier schon. Zu diesem. Großen Ehrgarten dazu. Genau. Jetzt sind wir da. Und hier sehen wir dann mal kurz weiter. Ich glaube hier geht es nach links weiter. Ich glaube hier geht es nach links weiter. Dass da hier. Schluss ist. Also dass der Ehrgarten hier nicht weiter nach unten geht. Sondern nur noch jetzt nach links eben. Das bestätigt aber meine Vermutung. dass es nicht mehr weit nach unten sein kann. Ach Mensch. Kein Zombie hat was dabei. Okay. Gehen wir hier wieder etwas nach Osten. Da haben wir wieder was. Und hier ist eine Hecke. Kann es sein dass wir die schon mal hatten. Ja die hatten wir schon mal. Ich müsste weiter nach Süden. Zwei Spinnen. Stirb doch einfach. Aber Geld musst du schon dabei haben. Ach keine von den beiden hat Geld dabei. So. Ich glaube das hier kennen wir schon oder? Nein. Noch nicht. Geht das jetzt einmal umrundet. Ähm. Hier unten gibt es weiter Recken. Ab nach Süden. Ich hänge glaube ich. Hier True. Und ein. Brauche ich ein. Ja. Resist Shock. Eine. Tank der Stärke kann auch nicht schaden. Wow. Was denn geht denn jetzt mit dem ab? Habt ihr das gesehen? Jetzt schießt er wenigstens nicht mehr. Äh. Hier True. Okay. Speichern. Boah. Dass wir das überlebt haben. War schon ziemlich krass. Ja. Wir hören hier wieder den Sound. Äh. Wie man. Also den Klang wie man schwer atmet. Okay. Ähm. Ich will hier noch etwas nach Westen gehen. Auf diese. Auf äh. Breiten. Auf diesem Höhengerad. Toll. Jetzt bin ich krank. Ich mag es nicht wenn ich krank bin. So. Jetzt teilen wir erstmal unsere Krankheit. Und dann nehmen wir noch einen kleinen Heiltrank. Und dann wird gespeichert. So. Ich wollte hier glaube ich nochmal rum. Okay. Vielleicht noch hier ein bisschen lang. Ja. Da haben wir den Nächsten. Wieder dieses tiefe Atmen. Hören wir. Okay. Und jetzt will ich nach Süden. Zwei Zombies. Ach komm. Jetzt bricht. Äh. Bricht mein Stab. Ja. Doch. Brechen war richtig. Krank bin ich auch noch. Weg mit dem Stab. Wir haben doch irgendwo ein Claimer oder? Ja. Hier. Das nehmen wir als nächstes. Boah. Das hat sogar Zacken in der Klinge. Voll geil. Geil. Okay. Ja geil. 30 Gold dabei. Q des Zs. Und ein Heiltrank. Speichern. Also ich muss sagen. Diese Dungeon hier macht schon weiters mehr Spaß wie der letzte. Und ich glaube das hier ist die untere Grenze. Ja. Das ist sie. Wir haben sie gefunden. Boah. Das Claimer ist ja richtig stark. Nochmal 30 Gold. Voll geil. Und? Mist. Nichts. Welchen Schaden hat. Schadenswert hat denn das Claimer? Zwei bis acht sind ja. Kein Wunder, dass es so stark ist. Okay. Ja. Fast durch. Boah. Nochmal. Also Zombies muss ich schon sagen sind mir. Boah. 20 Gold. Das sind mir fast die liebsten Gegner. Die sind leicht zu töten und haben oft viel Geld dabei. 40. Ja voll geil. Ja ich trinke jetzt mal auch noch mal einen Ausdauertrank. Muss ja auch irgendwann mal sein. Boah. Ich weiß noch wie ich durch Ausdauer, weil wir keine mehr hatten gestorben sind. Wir haben nicht einfach nur Leben verloren, wir waren einfach tot. Weil wir keine Ausdauer mehr hatten. Das war echt, das war echt schlimm. Okay. Tja dann erkunden wir jetzt hier nach links weiter. Immer so nach oben nach unten. Hier müsste jetzt dann gleich wieder irgendwo, das ist das, dieser eine Irrgarten kommen. Nein das kennen wir noch gar nicht. Das wird angesehen. Okay. So wie muss ich jetzt zum Irrgarten hin? Ähm noch ein bisschen nach nach unten und nach links. Das hier müsste er sein. Hier gibt es auch noch nirgends einen Eingang. Hm. Hier gibt es auch keine Gegner bis jetzt. Die nächsten Zombies können von mir aus gerne kommen. Okay. Das ist gut soweit. Gehen wir wieder noch ein bisschen nach unten. Die Grenze erkunden. Okay. Hier will ich jetzt speichern. Immerhin haben wir jetzt sehr viel erkundet. Ja das bisschen nach links, das hole ich mir noch schnell. Äh nach rechts. Okay das müsste gereicht haben. Hier waren wir definitiv. Das ist uns wahrscheinlich der Startsbuch. Genau das ist uns glaube ich an Zombies zerbrochen oder? Ich glaube schon. Okay das reicht hier jetzt wieder nach oben. Wow. Nein. Ich will nicht sterben. Aber du willst sterben. So. Ich rechne die ganze Zeit damit, dass die normalen Heiltränke ausgehen, aber passiert irgendwie nie. Wir hatten doch nur 20 Stück davon. Zwei Spinnen. Hatte nichts. Und? Hatte nichts. Schade. Sind immer noch nicht aus. Okay weiter nach Norden. Hier ist noch eine Hecke. Wieder zwei Spinnen. Komm schon. Nein. Kein Geld. Auch kein Geld. Verdammt. Hm. Und das hier ist glaube ich wieder die... Genau das hier ist wieder dieser Irregarten. Ich habe keine Ahnung wie wir hier reinkommen sollen. Die komplette rechte Seite ist dicht. Oben was wir bisher erkundet haben ist auch dicht. Unten bisher auch. Vielleicht ist der Eingang ja links. Auf der linken Seite. Oder das hier ist er. Könnte sein. Hm. Steingolems. Tja. Okay wo bin ich hier jetzt? Ich muss weiter nach Norden. Gut. Das hier haben wir jetzt erkundet. Das hier auch. Und hier habe ich gedacht es geht rein. Habe ich noch einen? Nein. Ich bin nur verstärkt. Ein Schockresistenztank wirkt nicht mehr auf uns. So holen wir uns die Steingolems. Ach Mist. Dafür brauche ich ja wieder eine bessere Waffe. Hatte ich total vergessen. Ähm. Das Elfenlangschwert müsste ausreichen. Hoffe ich zumindest. Nein. Reicht nicht. Keine Ahnung wieso. Dann nehmen wir wieder das Feuerstirmschwert. Nein. Ah das ist schon. Viele hat es nicht mehr nur 26 Ladungen. Dann haben wir hier vielleicht. Ja. Nutzen wir jetzt erstmal das hier. Wow. Nochmal ein Haltrang. Komm schon. So. Das Schwert würde wahrscheinlich jeden Augenblick zusammenbrechen. schon. Ja. Jetzt ist es zerbrochen. Also weg damit. So. Dann nehme ich jetzt das Claimor und mache mit etwas anderem weiter. Wir haben hier nämlich zum Beispiel den Kristall des Feuerwalds. Und der hat gereicht. So haben wir noch. Nein. Die normalen haben wir nicht mehr. Dann nehme ich jetzt eine. Hier. Da oben war sie. Und speichern. Was ist das? Vielen Dank.